hallo ihr lieben es ist montag und ich habe eine karte für euch und zwar ist das eine karte zum geburtstag habe ich sie jetzt gemacht mit einem kleinen versteck für den geldschein zum beispiel also mehr passt denke ich auch nicht rein ich habe mich mal mit den in color farben auseinandergesetzt hätte ich jetzt schon beinahe gesagt hier einmal in zimtbraun und hummelgelb und dieses versteck befindet sich vorne auf der kartenfront also wie gesagt ich habe hier jetzt ein schein drin mit mehr müsst ihr schauen wie es passt an sich braucht ihr nicht viel für die karte ich habe die jetzt mit einem magneten verschlossen genauso wie hier auch und was ihr dafür braucht das zeige ich euch bzw die maße sage ich euch nach und nach das waren zimtbraun und hummelgelb heute nehmen wir das magenta rot und zum einen habe ich den spruch genommen aus dem stempel set gute laune gruß das kommt aus der produktreihe blumen für jede jahreszeit und das findet ihr im katalog auf seite 10 11 12 und 13 die ganze produktreihe heißt blumen für jede jahreszeit das papier an sich das designer papier findet ihr abseite 148 das von den in colors ist auf seite 150 und das andere hatte ich gar nicht markiert dann habe ich unter anderem gearbeitet mit den lagenweisen ovale und da habe ich hier mit der mit dem wellenrand jeweils den zweitgrößten genommen so wir legen los alles schön hübsch der reihe nach und zwar habe ich hier eine kartenbasis in flüsterweiß in 29,6 x 10,5 dann habe ich ein stück designer papier in 14,3 x 10 und einen kleinen streifen farbkarton hier jetzt passend zum designer papier in magenta rot der ist 3 x 7 das beides legen wir erst an die seite und unsere kartenbasis na kommst du wohl falzen wir bei 14,8 einmal falzen alle maße findet ihr auch wie immer auf meiner homepage da sind die alle zusammengefasst so das kleine stück farbkarton in 3 x 7 das falzen wir uns an einer seite bei einem zentimeter schneidebriefkern erst an die seite für den moment das falzen wir uns einmal nach so und bevor wir uns jetzt das stück designer papier hier vorne aufbringen bringen wir uns jetzt erst das kleine stück farbkarton an da schräge ich mir noch mal ein bisschen die klebelasche an und dann nehme ich mir den tombow und bringe mir jetzt von innen also wenn die klebelasche so hoch kommt von innen ein bisschen tombow drauf das lege ich mal gerade beiseite lege mir das hier hin und unser designer papier legen wir jetzt mittig also in der höhe kommt dieser streifen jetzt mittig unter das designer papier achtet drauf dass ihr das designer papier jetzt nicht über die falz linie klebt also schön da ran nur nicht drüber her so dann können wir es einmal umknicken und dann kleben wir uns das hier schon mal drauf einmal drauf achten dass die karte richtig rum geöffnet wird und dann schön gerade und mittig auf die karte so als nächstes ich hole gerade noch mal eine von den anderen zurück kleben wir uns hier den aufleger und dafür braucht ihr ein stück farbkarton in 13,3 x 5 und ein stück designer papier in 12,8 x 4,5 da brauchen wir nichts falzen das kleben wir einfach nur zusammen so und das kleben wir dann schon auf die grundkarte das klappe ich mir einmal zur seite und hier schaue ich jetzt dass ich rechts links und an der seite ungefähr den gleichen abstand habe so und dann brauchen wir auch schon bevor wir jetzt mit dieser kleinen karte weitermachen brauchen wir erst das größere von den etiketten was ihr da jetzt nehmt da müsst ihr mal schauen da könnt ihr auch kreise nehmen ich habe hier ja zum beispiel einmal rechtecke genommen und einmal die stanzen wie heißen sie denn die gehören zu dem stempel set gut gesagt ich schreibe es euch mal unten mit auf welche stanzform ich verwendet habe so das bringen wir uns jetzt als erstes hier an diese lasche an dazu mache ich mir hier jetzt einfach ein bisschen tombo drauf geht da nicht zu weit nach außen je nachdem welches etikett ihr da nehmt und das passe ich mir dann hier schon mal an denn da drunter verstecken wir gleich den magneten das möchte ich hier jetzt gerne schön mittig drauf haben und möglichst gerade das sieht gut aus so und jetzt kleben wir schon den magneten fest und den habe ich vergessen den hole ich jetzt mal eben und dann bin ich gleich wieder da so magnetenpaar das habe ich hier welche magneten das sind das wisst ihr ja schickt mir da einfach eine e-mail und ich gebe euch da mehrere infos zu der soll jetzt hier auf die untere seite das heißt ich nehme mir da jetzt als erstes eine folie ab da müsst ihr jetzt schauen dass ihr den ich nehme mir meinen pikser zur hilfe dann ist das nicht ganz so fummelig da ist er ganz weg also der soll hier unten unter das etikett ich drehe mir das jetzt mal so das heißt ich halte mir den hier hin setze mir den hier unten auf die grundkarte den zweiten nehme ich jetzt ab und da mache ich mir jetzt von der seite hier von dieser seite ist ja die klebefolie aber hier mache ich mir jetzt noch ein kleinen gluder drauf das drücken wir runter und dann lassen wir den einfach drauf schnappen dann können wir das festdrücken die zweite klebefolie lassen wir erst noch drauf und dann kann das erst an die seite ich mache das hier jetzt noch mal kurz auf ich habe nämlich ein bisschen mit tomo gekleckert so und dann kommen wir zum versteck an sich da haben wir Farbkarton in 23,6 x 5 eine große ein großes stück designerpapier in 11,3 x 4,5 und ein kleines für innen in 5 x 4 da brauchen wir noch eine Falz und die machen wir bei 11,8 da schraue ich jetzt einmal nach dass es ordentlich aufeinander liegt schön gerade und dann machen wir uns das designerpapier da auch gleich drauf nehmen wir die seite so und dann haben wir das kleine stückchen noch das kommt nach innen und da müsst ihr jetzt drauf achten ihr habt ja eine 4 und eine 5 cm seite die 5 cm ist die breite das heißt hier an dieser einen langen seite da lege ich jetzt meinen Daumen hin da mache ich kein kleber hin nur an den drei anderen und auch nur ein ganz bisschen da braucht ihr gar nicht viel von dem tombo also ganz zart nur damit das nicht rausquillt und jetzt haben wir da tombo da tombo und hier und das kleben wir uns jetzt hier unten an die untere seite da lasse ich jetzt so 2-3 mm von dem flüsterweiß noch zu sehen und dann können wir das festdrücken so und das ganze kommt jetzt auf unsere grundkarte also meine magneten schaffen das jetzt durch diese ganzen lagen wir haben ja eine lage flüsterweiß zweite lage flüsterweiß das designer papier und hier den farbkarton ich weiß nicht welche magneten ihr zu hause habt dieses sind jetzt natürlich einige lagen und dann kommt ja auch in dem sinne der geldschein oder vielleicht eine kleine persönliche nachricht dazu also das müsst ihr dann am besten ausprobieren bevor ihr die magneten befestigt ob eure magneten das schaffen so das setzen wir jetzt hier noch auf das kann zu und dann habe ich hier mein schild noch na komm her und das kommt hier jetzt noch drauf dann nehme ich mir jetzt ein menschennetz für einmal schauen also hier an der seite lasse ich jetzt gleich ein bisschen platz weil da haben wir ja den magneten bei mir klappt das einfach nicht ich habe mal den tipp bekommen das hilft bei den dimensionals wenn man mit dem fingernagel reindrückt bei mir funktioniert das nicht so vom magneten können wir die folie jetzt auch ab machen ich nehme das nochmal hoch ne ich lege es doch lieber hin ich kann da jetzt nicht mit dem kopf drüber dann seht ihr das nicht so und das noch drauf karte fertig eine einfache karte wo halt einfach nur ein bisschen mehr zugeschnitten werden muss ich hoffe euch gefällt die idee sehen schon alle unterschiedlich aus alleine schon durch die etiketten naja ich wünsche euch jetzt viel spaß beim nachbasteln und wie immer falls ihr fragen habt oder die produkte von stampinat bestellen möchtet könnt ihr euch gerne bei mir melden bis zum nächsten mal tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.